Herzlich willkommen liebe Bratschbegeeks und jetzt kommt exklusiv nur für euch Redview. Welcome to Redview, ein neues Spiel, eine neue Erweiterung zu Chronicles of Crime. Und ja, das ganze Spiel thematisch in einem Dorf in Amerika. Wer Stranger Things geguckt hat, herzlich willkommen bei der Thematik. Redview. Ja, wir spielen hier bis zu vier Kinder. Die haben alle Fähigkeiten, die haben eine größere Ausdauer. Das ist einfach, ne, die können so Energie-Sneakers essen und dadurch dürfen die ja später neu würfeln. Denn, das ist neu bei Chronicles of Crime, also bei Redview jetzt, dass man würfelt. Man muss ein paar Proben schaffen, diesen, und Proben schaffen, die aber dann auch entscheiden, wenn man es nicht schafft, passiert irgendwas, wenn man es schafft, passiert etwas anderes. Und da ist es halt interessant, man muss wieder bestimmte, man, zum Beispiel es gibt eine Situation, man möchte jemanden überreden und muss dann entscheiden, möchte man ihn bequatschen, möchte man ihn schlagen oder möchte man weglaufen und keine Ahnung was machen. Auf jeden Fall muss man da halt entscheiden, wie möchte man überreden. Und das entscheidet man am besten, abhängig von den Fähigkeiten, die man hat. Man hat eben so Zusatzpunkte, der eine ist vielleicht ein bisschen schlauer, der andere ist halt ein bisschen sportlicher und so weiter. Und das ist halt das Neue bei Redview. So, kommen wir aber zu dem, wie fanden wir denn die ganzen... Also, ich finde an Redview die Thematik sehr cool, weil hier geht es halt um dieses Mysteriöse, wie Stranger Things oder jetzt bei drei Fragezeichen hat man ja sowas auch. Ja, da ist ein Monster in der Wand. Ist das wirklich ein Monster oder steckt da was anderes hinter, ja? Oder Sherlock Holmes. Und das, finde ich, haben sie hier sehr gut gemacht, dass ich sehr interessiert war, wie die Story weitergeht. Was ich hier auch sehr interessant finde, ist, dass es in diesem Dorf spielt und wir wirklich einen anderen Fall spielen und wir treffen Charaktere, die wir eigentlich schon kennen aus dem anderen Fall und wir sie halt so nochmal konfrontieren mit anderen Sachen. Und ich finde, das ist hier wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und die Story ist sehr spannend, dass ich als... Ich habe schon 20.000 Detektiv-Spiele gespielt habe, hier wirklich richtig Bock hatte und wir das an zwei Abenden durchgespielt haben. Ja, aber Muster, zum Beispiel zum Vergleich, bei der Noir-Erweitung hast du, glaube ich, ein Pfeil mitgespielt und den Rest hast du komplett uns, den Mädels, überlassen. Und hier war das dann anders. Ich habe ein Pfeil mit meinen Mädels gespielt, habe es Christopher erzählt und Christopher war sofort Feuer und Flamme und wir haben es dann an einem Tag durchgespielt. So, weil Christopher schon... Ja, weil er hat gesagt, ja, da ist irgendwas mit... Da ist wohl ein Monster und so, aber man weiß das nicht. Man weiß nicht, woher etwas kommt und was ist da los? Irgendwie ist das so düster und alles. Ich so, let's go! Und dann haben wir es auch durchgespielt. Und ich muss sagen, mir hat es echt viel Spaß gemacht. Eine schöne Erweiterung und ja. Aber man muss natürlich sagen, wir hatten nämlich beim ersten Fall das Gefühl, okay, es könnte uns ein bisschen zu düster werden, weil, keine Ahnung, da war halt so eine Beschreibung von... Ich will nichts erzählen, aber das war schon ziemlich... Und ich dachte, es geht vielleicht in die falsche Richtung. Aber das ist es überhaupt nicht. Das wird dann später... Es ist überhaupt nicht mehr düster. Ich finde, es war nur beim ersten Fall, dass man das Gefühl hatte... Oder ich war da und du hattest keine Angst. Ja, deswegen ist der Fall mich beschützt. Ja, deswegen ist es halt überhaupt... Man kann das locker mit Kindern auch spielen. Und deswegen... Ja, auch mit Teenies besonders, weil es dieses Train of Things 80er, 90er Jahre... Es hat eigentlich die ganze Zeit dieses Mysteriöse. Man weiß nicht, was ist das? Wie ist das? Und ich finde, das hält die Spannung wirklich die ganze Zeit aufrecht. Und ich finde auch die Fälle an sich, weil, ähm, fand ich auch interessant. Ich fand gut, dass es eine Kampagne eigentlich ist, dass du die ganze Zeit ein und dieselben spielst und eigentlich die ganze Zeit in einem Dorf bist und auch, dass du es eigentlich von der Zeit her auch nacheinander spielst. Das fand ich halt auch sehr gut. Und, was ich auch sehr gut finde, das ist jetzt unabhängig von Redview, ich glaube, das kommt jetzt mit allen weiteren Erweiterungen, die haben die App auch überarbeitet und das fand ich auch sehr gut, weil, ähm, es hatte ein paar Bugs und da haben die ein paar Sachen gemacht, die es einfach verbessern. Und zwar eine Sache ist, dass man diesmal Hinweise anfragen kann, was es vorher nicht gab, weil es ist natürlich auch irgendwo ein Point and Click, also in Richtung Point and Click, wo du einfach nur ausprobierst, wenn du keine Ahnung hast. Aber diesmal ist es halt so, du kannst eben vier Punkte, äh, dir sozusagen Hinweise geben lassen, wo du eigentlich weiter hingehen solltest, wen du noch befragen solltest. Ich muss zugeben, ich hab, wir haben es nicht benutzt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es eben für einige eben viel besser ist. Und, was man noch gemacht hat, ist bei den Fragen, weil wir hatten ja bei der letzten Erweiterung immer mal wieder dieses, wir scannen ein und dann auf einmal überspringt er etwas und dann konnten wir nicht die richtige Antwort geben und wir hatten dann wenig Punkte und das war dann ziemlich frustrierend. Und hier kannst du wirklich nochmal zurückgehen, nochmal neu einscannen, falls du, vielleicht hat man auch eines versehen, das Falsche eingescannt oder so. Deswegen, das fand ich auch gut. Deswegen, die App haben sie verbessert und die haben natürlich eine sehr gute Erweiterung rausgebracht. Ja, also ich finde, es hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Ein bisschen schade, dass es jetzt irgendwie keine Erweiterung mehr gibt. Ich hoffe, da kommt jetzt noch was. In dem Setting meinst du? Ich meine allgemein von Chronicles of Crime. Gibt es keine Erweiterung mehr? Bis jetzt, wir haben alles durchgespielt. Ja, wir haben natürlich, was bis jetzt da ist, natürlich alles durchgespielt, aber ich denke, dass die natürlich noch was hinzufügen. Ja, hoffentlich. Das hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Wenn ihr Chronicles of Crime, das Basisspiel habt und ihr habt vielleicht bei euch zu Hause oder ihr kennt jemanden, der Stranger Things und so mag, dann ist das hier eigentlich ein Must-Have. Wenn nicht, dann ist das Spiel auch richtig gut. Ja, und ich finde auch, ich habe, es gibt ja immer mal wieder Leute, die sind gegen diese Spiele, aber ich finde, das ist auch nochmal besser. Man kann sagen, dass das Basisspiel ist natürlich der Anfang gewesen, wo man das natürlich viel auch ausprobiert hat und ich finde, hier in diese Richtung kann es ruhig immer mehr gehen, also wo sie mehr auch ausprobieren, wo sie natürlich auch von den Regeln mehr ausprobieren. Zombie-Apokalypse. Keine Ahnung, aber hier in diese Richtung kann es wirklich gehen und ich finde auch, dass hier die Storys, weil bei der Nummer-Erweiterung waren die Storys schon manchmal sehr vorhersehbar und hier war das dann eben anders. Hier warst du wirklich manchmal am Zweifel. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Was? Hä? Ja, fand ich gut. Okay, das war unser Video zu Welcome to Redview. Die bis jetzt letzte Erweiterung zu Chronicles of Crime. Hoffentlich kommt da jetzt noch Nachschub. Ich denke mal schon, weil es ist ja auch sehr beliebt. Und jetzt vielleicht nicht im deutschen Sprachraum, aber könnt ihr gerne mal kommentieren, mögt ihr auch Chronicles of Crime so sehr wie wir oder nicht. Ist glaube ich auch das einzige Spiel, wo wir alle Erweiterungen die ganze Zeit spielen und wenn wir das haben. Naja, es gibt erst zwei. Und was ich natürlich auch sehr gut finde ist, und zwar das hier, das ist eigentlich eine leere Box. Ja, weil die Karten haben wir in das Basisspiel reingetan. Da sind noch ein paar Sachen drin. Aber dass eben alles in die Basisbox reinpasst, finde ich sehr cool. Lustig finde ich, dass wir hier die italienische Variante haben und dass es trotzdem funktioniert. Ja, weil du brauchst ja nur die QR-Codes. Genau, du brauchst nur die QR-Codes. Nur die Regeln musste ich mir einmal im Internet auf Deutsch angucken. Okay, dann danke fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mal eure Meinung zu Chronicles of Crime und Redview, wenn ihr es schon gespielt habt. Und ja, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Tschüss.